Musik Von Dr. Matt Marion Mörskapil Privatpraxis verfasst am 22. Dezember 2017 Hautstreifung ohne OP So funktioniert Thermalifting Urheberrecht Lars Zahnerfotol ja gute Gine, Sport, gesunde Ernährung, teure Kims Die Jahre gehen trotz allem an niemandem spurlos vorbei Und sie hinterlassen oft unerwünschte Spuren im Gesicht und am Körper beim einen früher, beim anderen später Nicht jeder möchte sich damit abfinden Deshalb legt sich manch einer unters Messer, um wieder jünger und frischer auszusehen Doch das ist gar nicht immer notwendig, denn mittlerweile bietet die moderne ästhetische Medizin viele Möglichkeiten Auch ohne Skalpell die Zeit um ein paar Jahre zurückzudrehen Eine dieser innovativen Methoden arbeitet mit Radiofrequenzwellen Sie benötigt weder Skalpell noch Injektionsnadel und strafft nachweislich das Gewebe im Gesicht genauso wie am Körper Warum erschlafft das Gewebe? Mit zunehmendem Alter baut der Körper Kollagen und Elastinfasern schneller ab, als er sie erneuert Dadurch verliert die Haut ihre Elastizität und Spannkraft Es entstehen Falten und die Haut wird schlaff Im Gesicht zeigt sich das meistens zuerst dadurch, dass die Wangen absinken, wodurch Hängebäckchen entstehen Außerdem wird die Nasolabialfalte zwischen Nase und Mund tiefer und die Kinnwangenkontur geht verloren Auch bei den Augenbrauen fordert die Schwerkraft ihren Tribut Sie sinken ebenfalls ab und lassen das Auge kleiner wirken Das ganze Gesicht wirkt müde und älter, als es tatsächlich ist Auch der Körper bleibt nicht verschont Hier zeigt sich das Alter in Form von faltiger, runzeliger Haut und unerwünschten Dellen und Wölbungen Besonders gefürchtet sind die sogenannten Winkearme und natürlich die Zellulite Doch nicht nur das Alter, auch so schöne Ereignisse wie eine Schwangerschaft oder ein größerer Gewichtsverlust sind Schwerstarbeit für Haut und Körpergewebe Die Behandlung mit Radiofrequenzwellen ermöglicht es die Haut zu glätten und zu straffen Das ist klinisch nachgewiesen So entstehen definierte Konturen für alle Problemzonen Wie funktioniert das Lifting ohne OP? Das patentierte Thermalifting ist schonend, sicher und effektiv Es nutzt Radiofrequenzwellen, welche die tieferen Gewebeschichten erreichen und sanft erwärmen Dort wirken sie gleich zweifach schon während der Behandlung Ziehen sich die erhitzten Kollagenfasern zusammen, wodurch die Haut sofort gestrafft wird Dazu wird ganz gezielt die Kollagenproduktion wieder angeregt So kann das Verfahren den Alterungsprozess nachhaltig hinaus zögern und an Stellen verjüngen, die bisher nur der Chirurg behandeln konnte Fältchen werden geglättet und die Haut wird gestrafft, ohne die Hautoberfläche zu beschädigen Es gibt keine Ausfallzeiten und keine radikalen Veränderungen, denn die Kollagenfasern bilden sich ganz allmählich über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten neu Das heißt, für das endgültige Ergebnis muss man etwas Geduld haben Das Resultat kann sich bis zum 6. Monat immer weiter verbessern Die Faltenglättung funktioniert mit Radiofrequenzwellen Dadurch ist keine OP notwendig Urheberrecht Arivasabi Stockanwendungsbereiche Nebenwirkungen und Dauer der Behandlung Das Thermalifting kann in fast allen Bereichen eingesetzt werden, in denen sich die Haut verbessern soll Gesicht, Hals, Dekolit, Bauch und Po Die Behandlung dauert je nach Größe der behandelten Körperparty zwischen 30 und 90 Minuten Bei manchen Patienten zeigt sich direkt nach der Behandlung ein Effekt Das endgültige Resultat ist aber nach ca. 6 Monaten sichtbar Das Ergebnis hält bis zu 3 Jahre an Radiofrequenzwellen sind nicht schädlich Es handelt sich um ein sehr schonendes und sicheres Verfahren, das kontrolliert monopolare Radiofrequenzwellen an die Haut abgibt Diese Wellen haben nichts mit Radio-, Funk- oder Mikrowellen zu tun Sie brauchen keine Schäden durch Strahlungen zu befürchten Ist mit Schmerzen und Ausfallzeiten zu rechnen? Es handelt sich um eine sehr schmerzarme Behandlung Wichtig ist, dass Sie die Behandlung von einem Arzt durchführen lassen, der sich auf die Methode spezialisiert hat und sich mit dem Gerät auskennt Während der Behandlung wird das Gewebe gekühlt So spüren Sie nur die Wärme und ein leichtes Piksen, wenn die Energie im Gewebe ankommt Das können aber auch schmerzempfindliche Patienten gut aushalten Danach können Sie sofort wieder Ihrem Alltag nachgehen Sollte Ihre Haut leicht gerötet oder angeschwollen sein, können Sie sie überschminken Sie müssen nichts Besonderes beachten Das Verfahren kann sehr gut mit anderen kombiniert werden, die die Haut verjüngen Fazit Das Thermalifting eignet sich für jeden, der dem Alterungsprozess der Haut entgegenwirken möchte Und der sich ein natürliches, jüngeres Aussehen und dauerhafte Ergebnisse wünscht, ohne lange Ausfallzeiten oder operative Eingriffe ertragen zu müssen In die Bildunterschriften bitte die Keywords Hautstraffung und Faltenglättung einbauen Das sind verwandte Suchanfragen, die das Ranking für das Hauptkeyword pushen können Dieser Artikel dient nur der allgemeinen Information, nicht der Selbstdiagnose und ersetzt den Arztbesuch nicht Er spiegelt die Meinung des Autors und nicht zwangsläufig die der Yameda GmbH wieder Wie hilfreich fanden Sie diesen Artikel? Null interessante Artikel zum Thema Falten Konzentriert Konzentriert Bis zum nächsten Mal.